Und... Na, heil dich, ich hau's dir direkt wieder weg. What's up? Olle! Was, mich zählt der? Nein, er hat nicht gezählt. Okay, sie zaubert nicht mehr. Vielleicht hat sie keinen Mana mehr versucht zu zaubern, aber... Aber nichts kommt raus, so sieht's aus. Wir haben heute aber mehr Mana gehabt, oder? Gut, wir sind fertig. Gut, äh, wie kommen wir hier raus? Achso, so kommen wir raus. Okay. Ah, wir sind wieder da und jetzt ist ein Weg offen. Gut. Okay. Nein, nein, ich hab's geahnt. Ist gut, lass mich. Lass mich gehen. Ich wünsche nie mehr in der Klasse, aber ich will keiner sein. Geh schon. Nein. Ja, ist gut. Ja. Ja, ist gut. Lass uns. Lass uns. Wenn ich euch die ganze Zeit hauen muss. Nein. Nein. Mach mal bitte. Nein, Link macht nix. Das Ding hat keinen Mana mehr. Schlecht. Oh, wow. Einen Peitschenpunkt haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Gut. Das ist gut. Dann kommen wir... Ne, komm schon. Nur noch Millimeter. Ganz viele Peitschenpunkte. Okay. Flop, flop, flop. Aber nochmal. Flop, flop, flop. Noch ein drittes Mal. Hier drüben ist einfach ein Loch in der Wand, aber ist schon okay. Okay, anscheinend nicht noch ein drittes Mal. Nein, ich wollte Mick sein. Gut. Okay, wir sind gepartet. Ih, drei Augen. Da gehen wir weg. Okay, wo sind wir jetzt? Hier. Verschwindet von hier. Warum? Habt ihr nicht gehört? Wir bleiben. Ach, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Meinst du? Ganz sicher. Uh, der Feuer... Ne, Feuermutant. Den hat er gefunden. Der Eismutant, logischerweise, war wahrscheinlich... Gut, du nimmst bitte wieder die Lanze und machst doch mal eine Feuerwaffe für uns alle, okay? Das sieht doch jetzt sehr nützlich aus. Gut. Ähm... Ja, okay, was zählt jetzt? Gut, nur unsere Feuerwaffe hat gezählt. Das ist... Geilig. Bum, 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 bum. Aua. Na los. Na komm schon. Sei wieder... Normal. Und... Ole! Bitte zähl, bitte zähl. Nein, das hat nicht gezählt. Oh, Frank ist tot. Ach, na, ist okay. Wir müssen Walnüsse benutzen. Ja, Frank ist hinüber. Wir haben es verstanden. Gut. Einmal so und dann mal Walnuss auffangen. Walnuss... Äh... Falsch, kein Fass. Walnuss. Walnuss fangt und dann werde ich jetzt fangen. Und dann hauen wir den mal. Beziehungsweise... Äh, wieso? Ich hab Walnuss gesagt. Hallo. Hallo, Walnuss. Lass mich raten. Die hat's jetzt aber verbraucht, oder? Oh, ihr Penner, ihr Fiesen. Das ist... Das ist richtig miese Scheiße. Ganz ehrlich. Das ist behindert. Nein, warum geh ich prinzipiell immer in die falsche Richtung? Gut. Vesuvio. Feuerhagel. Ist noch Level 0, ich weiß. Oder vielleicht tut's trotzdem weh. Die Antwort erfahren wir in... ...fünf Stunden. Wenn er sich mal dazu entschließt, sich wieder zu materialisieren. Warum haben wir bitte um Himmels Willen... ...Eiswaffen? Warum macht der sowas? Das ist doch kacke. Der ist doch ein Eisgegner. Das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch... ...hier. Mh... ...Feierklinge auf uns alle. Und jetzt die Feuerbelle. Oft geht's wie putzig im Kleinen, oder? Aber trotzdem 80 gemacht. Gut. Unser Zauber hat eher gezählt. Wir haben wieder Feuerwaffen. Ihr dürft aufladen. Warum macht ihr das nicht? Das wäre doch jetzt klasse. Nein, nicht befinden. Ach, was mache ich immer für eine Kacke? Hier. Nein, auch nicht. Oh, fuck. Hab ich's gleich. Jetzt aber. Verhalten. Ganz aggro und schön aufladen. Und du auch. Verhalten. Schön aggro. Hoch bis auf drei. Volle Rotze. Klatsch den um. Er lade doch auf. Ihr wisst doch, dass er da ist, ihr Idioten. Und schön. Zauber. Er macht Eishauptes uncool. Aber wir machen Feuerbälle auf ihn. Das findet er genauso uncool. Keine Angst, die zählen. Wartet ab, bis er wieder da ist. Ja, los. Komm schon, komm schon, komm schon, Schisser. Ja. Hopp. Seht ihr, hat gezählt. Noch ein Pony reingekriegt. Von links aufgeladen Lanzenstoß. Der zaubert auf uns. Und es tut kaum weh. Dann bitte einmal heilen. Ich gehe immer in die falsche Milieu-Richter. Es ist mein Fluch. Auch so lang es geht. Okay, es geht nicht besonders lang, da ich nicht geheilt werde. Aber hey, wenigstens noch eins. Klatsch. Und es hat nicht gezählt. Palsch rum, Palsch rum, hier, so rum. Ja gut, du kannst auch mal ruhig fliegen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Mach mal. Das kostet mehr. Das kostet drei. Das kostet vier. Machen wir mal das. Zweifel-Wirkungsverlauf. Flop, 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 flop. Haha. 126. War das jetzt beides gleichzeitig? Ja, anscheinend. Nein, du kriegst Feuerbälle in die Fresse. Mach nicht so doof. Oh, vereist doch nicht. Frank ist doch nützlich. Ja, flieg halt weg, ist okay. Ist schon okay. Na, komm raus. Mach schon. Komm wieder her. Gut, da bist du. Kriegst direkt ein Feuerballer als Geschenk. 22 Mana hat jetzt Punk schon inzwischen insgesamt. Das ist doch cool. Oh, macht der Penna Eisklinge auf uns. Das ist richtig fies. Das ist doch doofe Kacke. Was soll er doch nicht? Schön, Feuerklinge. So ist besser. So sehen wir das vielen lieber. Mick, du darfst zuhauen. So, klatsch. Ganz einfach. Sehst du? Ist kein Trick dabei. Einfach hingehen und hauen und dann ist gut. Ja, jetzt brauchst du auch n'n Neu. Kling, mach schon. Ich hab gesagt, Feuerklinge. Das kotzt doch an wie Sau, wenn der Gegner ein Eisgegner ist und Eisklinge auf uns macht, oder? Was soll denn der ficken? Das ist echt ne miese Scheiß-Taktik. Sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's doch grad gemacht. Was soll denn der Rotz? So, Feuerklinge. Ist doch nicht schwer zu begreifen, oder? Schön alle reinhauen. Und noch Feuerbälle hinterher. Ja, genau so. Flop, flop, flop. Ich mag die Bossmusik. Die ist cool. Komm, wenigstens noch eins aufhören, die vorher kommen. Ja, zwei sogar. Oh, sogar drei. Sehr gut. Pop, pop, pop. Das ist doch nicht so toll. Gut. Zaubern wir. Feuerbälle hinterher. Warum ist denn der Feuerhackel immer noch auf dem Null? Wir haben den schon so oft gemacht. Ha, okay, es hat gereicht. Sehr gut. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie piss einfach der Gegner gewesen wäre? Hätte man sich die Zeit genommen und Vesuvio, bevor man hier reingeht, auf drei Hochlevel-Triff-Funk, das hätte dann so zwei bis dreihundert gemacht pro Feuerbälle. Wahrscheinlich eher aufwärts. Der war so ein Witz. Der war so schon ein Witz. Und weiter geht's. Oh, Orb. Oh, Bumerang-Orb. Enorm. Und, wer ist es? Wer ist es? Natürlich. Das ist der... Weihnachtsmann, alter Geselle. Geht's dir gut? Ja, danke. Aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mehr an mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst dagegen etwas tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Mana-Bäume besonders groß werden. Ah, es tut mir leid, aber mein Hals. Ah, das hätte ich fünf Esslövel mehr gefressen oder so. Fürchbar. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen berührt, wurde ich in einen Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Hier habt ihr den Mana-Samen. Ihr braucht den Mana-Samen erhalten. Aber nein, wir können jetzt noch nicht bis auf hier die Zauberlömmel. Denn wir haben zwar den Samen, aber... Nein, hier da. Wenn er nicht an seinem angestammten Platz in seinem Tempel sitzt, auf seiner kleinen, knuffigen Pyramide, zählt er nicht. Dann kann er seine Macht nicht ausüben, so wirklich. Das heißt, ihr wisst, wo wir jetzt hin müssen und was wir dort machen müssen, oder? Wir nehmen den Mana-Samen und bringen ihn zurück. Ist gut. Ist gut. Kommt. Kommt. Das ist doch schrecklich, wenn man immer auf die Penner warten muss. Ja, Funk. Ja, Funk. Wir haben es verstanden, Funk. Oh, leg mich doch am... Oh, Funk. Ihre Gnaden bequemen sich, uns die Ehre zu erweisen, uns die Gunst zugute teilkommen werden zu lassen. Dass wir den Weg fortsetzen dürfen in Richtung Kanoni-Reisebüro. Auf das wir uns schießen lassen. Mit dem Pulver, das schwarz ist. Auf den Mond. Das wär's. Nein, steh mir nicht im Weg rum. Steh mir nicht im Weg rum. Wo war der Kanoni? War der hier? Nee, vor dem Kanoni war ein Schild. Aber es könnte die richtige Richtung sein. Hier unten lang. Nein. Du brauchst nicht aufzuladen. Da ist niemand. Link, lass es. Link. Ja, dann mach's wenigstens und komm wieder mit. So, hier das Schild bin. Bitte Schild und Kanoni? Schild und Kanoni? Nein. Doch? Ja! Herrlich!